Willkommen zurück beim Hexer und ich hätte gesagt... Was ist da drin? Oh, Schnaps. Sieht mich jemand? Nein? Okay. Hallo! Geh weg, alter Mann. Und ich hätte gesagt, wir begeben uns jetzt mal zu Radoweth und sagen ihm, dass wir Philippa nicht gefunden haben. Finde ich gar nicht so tragisch. Dieses Hexenverbrennen und Töten ist nicht. Und auf dem Weg dahin... Er plötzlich hängt fest. Hätte ich gesagt, schauen wir uns mal ein bisschen um. Äh, nein, ich bräuchte bitte die Karte, danke. Weil der ist ja da oben in... War der nicht in Ochsenfurth? Ja, der ist ja da oben. Also schauen wir uns jetzt erst mal das hier. Ein paar Fragezeichen löschen. Ja komm, querfällt einem, was soll es? 300 Meter locker, flockig, gejoggt. Ich würde jetzt ein... 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 stures Pferd habe. Ok, Actually... So, da hinten sind die Verbrannten... Da waren wir ja schon. Aber was ist das hier? Oh! Hallo, Freunde. Ein Nest. Ein Ghulnest. Ich muss es zerstören. Da war ein Nest. Kaboom. Also noch ein paar nette Dinge dabei gewesen. Oh. Barsche. Und da hinten habe ich noch einen zerstückelt. Na bitte. So schnell kann es gehen. Was ist? Das würde... Na komm, da laufen wir mal schnell zu Fuß rüber. Auf dem Weg ein paar Pflanz- und Heilmittel einsammeln. Laut Karte kommt hier... Da ist. Ein Fischer. Hm? Oh. Toll. Nein, ich beklaue euch jetzt nicht. Okay. Jules Okay, das war's. Wir können auftauchen. Du! Haha! Okay, wir arbeiten uns weiter vor zu Radowit vorbei an... War ich da nicht schon? Schauen wir nochmal hin. Hier oben ist gar nicht mehr so viel. Hier war ich schon sehr aktiv. Gehen wir mal schnell darüber. Wie war das? Da war mir dann meistens. Da war ich schon. Regen. Tausendmal. Nein, da war ich noch nicht. Los, meine Lieben! An die Arbeit! Alle zusammen, Leute! Okay, du bist tot. Oh, das gefällt mir. Wow. Du kleiner... Hallo? Er hat nicht mal was. Was? Äh. Bitte einmal nach oben. Ich würde sagen, da oben. Einmal blindern, bitte. Oh, schön. Dreh mal vor der Klinge, ey. Häy. Äh... Da war der nicht gerade noch. X. Oder bilde ich noch? Ne, ich bilde's mir. Komm, spring. Der nächste Punkt auf unserer Reise. Der Schatz. Banditenlager. Und dann so rum, zurück. Hier hoch. Der Witz ist, ich bin mir immer nicht ganz sicher, welche ich sprechen. Einen. Also das habe ich schon. Das ist blass. Ah. Ja, die Reise sind zu gerade. Na komm, mach schneller. Dass ich auch nie auf direktem Weg irgendwo hin kann. Schlimm, schlimm, schlimm. Ah. Oh Mensch. Was? Du. Dir reicht's? Mir reicht's. Tz. Ach, Schaustellerwagen. Wieder ein gutes Werk. Sammeln wir mal Leichen ein. Hurra! Hopp, hopp, hurra! Was für ein Mädchen. Jetzt steu mal ein Leichen rum. Tenerien wird wieder frei sein. Ein Platz. Hä? Was hast du anzubieten, mein Freund? Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Hast du was Interesse? Total, mich interessiert. Nicht zwei Prozent interessiert. Uhhhh. Uhhh. Ich bin ja nicht. Da hab ich schon. Ja, hab ich auch schon mal gesucht. Okay, da bin ich jetzt dran. herkommen Blumen Silberpuff Oha Mondklingel hört sich gut an muss ich mir nachher mal empfehlen muss ja noch ein Silberschwert das hier brauche ich jetzt erst recht nicht ja ja das Zeug kann wo kann ich jetzt die verwenden und we leave schön das kann Alkohol weg so viel Kohle da geht noch so wovon hab ich den Zahnblut Schnaps weg was findet man immer wieder Citronenwodka weg Zwergnschnaps weg vor allem Monsterdinger so wo höre ich denn viele momentan gar nichts das ist ja schön gelesen davon habe ich auch noch nichts warum ist das rot und warum ist das rot was ist denn wieviel Schlüssel habe ich denn vier Schlüssel zu Hurensohn zu Anwesen muss gut sein dir halt du hast massenweise ja kurz meditieren das auffüllen und schauen wo es weiter geht wo geht es sind da oben das Banditenlager ist bestimmt nicht mal 300 Meter ach ja ja le axt 4 13 kritischer Treffer 4 Chance 1 auf 1 22 kritischer Treffer muss leider sagen 200 oder so super 50 kritischer Treffer 1 2 2 2 2 2 3 2 4 5 3 4 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 6 7 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 11 13 10 13 15 so ihr habt doch bestimmt treffer versenkt wenn ich ouch ich brenne piste nebenaufgabe nicht da oben im ort ey das ding das ich schon mal gesucht habe und nicht gefunden habe was jetzt du stück dreck das 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 Unter mir. Kann ich hier irgendwo einen Weg nach unten geben? Ah! Ah! Achso. Lesen wir kurz den Brief. Ich liebe Schatz suchen, ich weiß auch nicht warum. Halt, musst du bei Quest gegenstehen. Es sind Soldaten gekommen, ich weiß nicht ob es unsere oder ihre sind. Es ist mir auch egal, ich hörte sie auf der Straße heranreiten, ich versteckte mich. Ich vernagelte die Tür, vielleicht hält sie das ab. Sie verbrachten die Nacht mordend und vergewaltigend. Ich habe durch die Risse in der Wand genug mit angesehen, musste mir in den Finger beißen, bis auf den Knochen damit ich nicht schreie. Ich weiß nicht ob sich sonst noch jemand versteckt hat, vielleicht nicht. Ich sah, wie sie Antosche erwischten. Der hatte sich in Feldern versteckt, beim Heuhaufen, in dem er seine Sachen hat. Sie schlugen ihn tot. Sie haben mich gehört, sie wissen, dass ich hier drin bin. Ich habe nicht aufgemacht, als sie an die Tür schlugen. Ich dachte, sie räuchern mich aus, wie die, die sich in der Kornkammer versteckt hatten. Dann sind sie auf die Pferde gesprungen und davon geritten. Jetzt ist es still, man hört nur die Fliegen bei den Leichen. Ich habe versucht die Tür zu öffnen, das Fenster, mich rauszugraben, ein Loch in der Wand oder das Dach zu kriegen. Nichts zu machen. Ich hörte Leute, die die Leichen gefleddert haben. Ich weiß nicht, was es bei denen außer schmutziges Hemden und Fußlappen noch zu holen gibt. Ich rief um Hilfe, sie reagiert nicht. Es kommen nur noch die Ghule. Aha. Woher? Ich weiß ja, wo das Versteck ist. Komm her, Goody. Komm, Goody, Goody, Goody. Auf Goody, Goody, Goody. Halt. Da ist was verloren. Da bist du hässlich. Hast du auch was verloren? Ne, warum? Weg von den Bienen. Ja. Seine rallye. Dramatische. Das ist aber nur eine tote Kuh. Wo war der Eingang? Da war der Eingang. Da war der Eingang. Da war der Eingang. Hier sollte irgendwas sein. Da war der Eingang. Das bedeutet, nächstes Ziel. Da war der Eingang. Schön querfeld ein. Nein, oder? Nein. Ach komm schon. Ich dachte schon, das Spiel wird mich wieder verarschen. Ein Sumpf vielleicht. Ja, das war der Eingang. Ach ja, der Baum. Stimmt, das war dieser Baum. Da unten habe ich irgendwas befreit und das war nicht gut für das Dorf. Das war der Eingang. Oh. Oh. Aksi. Komm, lad dich auf, lad dich auf, lad dich auf. Schöhn. Nächster Hals. Sieht so aus, als hätte ich schon. Oh. 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 So. Das behaken. Das behaken. So, wo ist denn der Nächste? Da. Schön, das geht ja. Knall auf Fall. Schlag auf Schlag. So muss das. Äh. Ne, da war ich schon. Schade. Bei dem Lager da auch. Bei dem Lager da auch. Wenn diese kleinen Nebendinge erledigt sind, dann müsste irgendwie, ja ich glaube bei dem Lager. Guli 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 Guli. Guli Guli. Guli Guli. die denn hier. Die denn hier. Bei dem beiden weiß ich. Da war ich glaube ich auch schon. Da war ich glaube ich auch schon. Dann könnte ich eigentlich quasi so direkt. der Morbittal ist jetzt so weit. Der Morbittal ist jetzt so weit. Der Morbittal ist jetzt so weit. Ist hier irgendwo ein. Nein, natürlich kein Schnellreisepunkt in der Nähe. Dann kann ich ja. Ja komm, ob zu gerade wird. Na wo ist das? Aber jetzt. Achso. Wir suchen die Frau Redaniens. Wir suchen die Frau Redaniens. Plätschi 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 koom. Das sind nur Guli. Die können wir nicht. Nicht mal besonders starke Gule. Das sind mehr so Pussy Gule, weißt du. Los, los. Alter, ich rette euch allen ständig den Arsch. Könnt ihr mal ein bisschen freundlicher sein? Du kannst passieren. Ich habe das Gefühl. Wir sind immer schneller. Ich hoffe das Gefühl. Das ist schön. Zum Gegensatz zu Norvigrad, Norvigrad finde ich dagegen irgendwie... Eis. Ach ja, der Affe ist auf seinem Schiff. Mach Sachen. Echt? Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhart. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Ja. Hexer, hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhart gefunden? Sie war nicht dort, wo eure Männer gesagt haben, aber ich habe Spuren von medizinischen Experimenten gefunden. Oh, immerhin etwas. Ich denke, dass Philippa versucht, ihr Augenlicht zurückzugewinnen. Wirklich. Leere Augenhöhlen stehen ihr aber besser. Und? Hast du Beweise? Ich habe ein Kristall. Das ist Beweis genug. Ich habe diesen Kristall. Hätte ich einen glitzernden Stein gewollt, wäre ich zum Juwelier gegangen. Du solltest mir Eilhart bringen. Das ist der Kristall eines Megaskops. Die Magier, die ihr gefangen haltet, müssten daraus Informationen erhalten können. Ach. Ja. Dann wären sie endlich mal zu was Nütze. Ist zwar nicht genau das, was ich erwartet habe, aber du hast dir deine Bezahlung verdient. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss mich um andere Angelegenheiten kümmern. Oh, jedes Mal, wenn ich mit dem Mann rede, freue ich mich mehr darauf, ihn zu töten. Erfahrungspunkte 2. Jihau. Oh. Händler, Händler, Händler. Händler. Was kann ich für dich tun, mein Herr? Hier gibt es alles vom Apfel... Hallo, guter Mann. Was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Mal sehen. Vielleicht suche ich mir was aus. Cooles. Nein. Aber du hast Geld. Das verkauf ich dir, das verkauf ich dir, das verkauf ich dir, das verkauf ich dir. Das verkauf ich dir. Das... verkauf ich dir. Nein, das Hemd möchte ich... Schützengraben, Gambison. Nein, nein, verkauf ich dir. Was ist mit dir denn... Oh, das ist der Scheiße. Warte, ich habe bestimmt noch Plunder, den ich verkaufen kann. Was ist Kohle bringen. Kann er sich nicht leisten. Ja, das kannst du dir leisten. Umtauschen. Umtauschen. So, habe ich dich auch geplündert. Gehabt euch wohl. Bis dann. So, wohin zieht es uns als nächstes? Tiefe. Wenn ich die da drüben noch hole. Aber da drüben ist böses Gebiet. Da wollen wir doch noch gar nicht hin. Wie wäre es mit einem Weg von hier nach da runter? So ein Maulbärteil. Weiß Haar! Hast du meine Waren schon gesehen? Ja, und ich fand sie scheiße. Halt da unten. Streitlustig, wie? Ja, ja, tierisch. Zack. Und... Und da sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.